Hallihallo und willkommen zurück zu einer neuen kleinen Testrunde. Und ihr seht es, wir wollen heute mal 94 Grad ausprobieren. Soll wohl so eine Art Quiz sein, ich hab's selbst noch nicht reingeguckt, ich hab's gerade runtergeladen und mal ausgetestet. Beziehungsweise jetzt zu testen. Und ja, wollen wir einfach mal gucken, was da ansteht. Es soll wohl so eine Fortsetzung von 94 Sekunden sein, keine Ahnung. Ähm, wir gehen einfach mal rein. Wie ihr seht, noch Level 1. Die Mitte des Seils. Finden Sie die gefragte Stelle und klicken Sie auf OK. Deutschland. Weiß. OK. 94 Grad Level 1, fertig, richtige Antwort auf den ersten Versuch. Ja. Weiter. Kann man hier vielleicht irgendwo den Ton? Ah ne, teilen wollen wir es nicht. So, Brustmuskeln, ja das müsste hier sein. Ringfinger, warte mal, die Hand liegt so, ist das jetzt eine rechte Hand oder eine, ne, so rum ist die, ne. Es müsste eine linke Hand sein mit der Handfläche nach oben, ne. Ja, Ringfinger müsste dann hier sein. Äh, ja, pass. Schaufel, wo ist denn hier eine Schaufel? Äh, ach da. Richtige Antwort, top. Mal gucken, wie weit wir kommen. Zoom für mehr Details, okay. Fastfood. Fastfood, wo ist denn Fastfood? Reuters, Totokate, Emberia, Burger King, da. Ist die Frage, wie das mit dem Zoom jetzt hier funktioniert, müssen wir mal gucken. Ein Viertel des Seils, von da. Eins, zwei, äh, ein Viertel. Zwei Viertel, ungefähr hier. Warm. Warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn Segmente. Also vier Segmente, eins, zwei, drei, vier und ein bisschen, ne, machen wir mal hier hin. Es wird kälter, okay, dann gehen wir da hin. Das kann aber da nicht sein, Jungs. Benutzen Sie den Kompass, damit alle Ihre Pins in die richtige Richtung zeigen. Okay. Ausprobieren. Okay. Blieb jetzt immer noch nicht richtig, oder was? Ein Viertel des Seils, das kann doch nicht sein. Wenn ich hier bin, ist doch schon fast gleich die Hälfte. Heiß. Noch weiter, oder was? Ja, okay. Also. Das war aber schon sehr grob geschätzt jetzt. Halten Sie Ihre Finger auf das Ziel gedrückt, um dieses zu bewegen. Grippen. Achso, ja. Meeres-Schildkröte, gucken, dass da keine Verarschesachen bei sind. Oder wenn mal irgendwie eine Fluss-Schildkröte oder sowas dabei rumläuft, wenn es das gibt. Blütenblatt. Hä? Achso. Ja, jetzt muss ich gerade erst mal gucken, was das ist. Ich dachte, ihr habt ja gerade hier nur irgendwie so ein Gesicht gesehen. Halt, Vorfahrt, Gewehren. Ja, jetzt geht's los. Ähm. Wo sind wir denn? Bin ich jetzt so doof? Stopp. Autobahn, Wind, Kurve. Parkverbot. Parkverbot. Ach hier. Oder? Warm? Ne, hoppla. Bin ich jetzt blöd, oder was? Vorfahrt, Gewehren. Hä? Das ist Stau. Das ist Rutschgefahr. Stopp-Schild. Fußgänger. Das ist Zebrastreifen. Überholverbot. Absolutes Parkverbot, Steine, Ampel, Halteverbot, Kurve, 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 Straßenbahnverengung, Wind, Wild, Lastwagen, Durchfahrtsverbot, Baustelle und Autobahn und Ampel. Ich hab keine Ahnung. Oder, warte mal, oder ist das jetzt hier? Ist das kein Halteverbot? Ne, kalt. Bin ich jetzt doof? Halt, Vorfahrt, Gewehren. Leute, ist das jetzt irgendwie? Das ist doch Überholverbot. Stopp-Schild. Die Ampel? Sauwarm. Leute, ich habe keine Ahnung. Was ist denn das hier? Was macht denn der Würfel? Ein Zweifel. Werfen Sie den Würfel, um zwischen 1 und 6 möglichen Antworten anzuzeigen. Ausprobieren. Sechs. Stopp-Schild. Ach, das Stopp-Schild soll das jetzt sein, oder was? Ah, Leute. Vorfahrt. Ja, okay. Ja, gut. So kann man sich auch, äh, blamieren. Bizeps. Sternzeichen einer Person, die am 28. Februar geboren wird. Ja, gut, da habe ich jetzt gar keine Ahnung von. Ich weiß, dass... Mein Sternzeichen ist Stier. Und ich bin im Mai geboren. So. Lass uns mal gucken. Dann ist das jetzt genau nach Monaten. April. März. Februar. Was ist das wohl für ein Ding hier? Löwe. Kalt. Gehen wir nochmal einen nach vorne. Immer noch kalt. Oh, geht das andersrum. Warte mal. Das kann ja dann nicht sein. Dann wäre das März. Äh, April, März, Februar. Was ist denn das für ein Lumpi? Warm. Dann kommt vielleicht der. Oh, Fisch. Alles klar. Am 28. Februar ist also Fisch. Basketball. Hier. Was weiß ich, wann welches Sternzeichen ist, ey? Ich bin froh, dass ich mein eigenes weiß. Lipgloss. Ja, Lippen. Bayern. Das kriegen wir auch noch hin. Apropos Bayern. Die spielen gerade gegen Hamburg. Und ich bin mal gespannt. Auf 14 Minuten steht es noch 0-0. Das ist ja schon mal nicht schlecht für Hamburg. Amerika. Warte mal. Jetzt muss ich mich mal ganz kurz orientieren. Da fehlt ja die Hälfte. Ach nee, so. Wieso ist das jetzt hier abgeschnitten? Wo sind wir denn? Was ist denn da, ne? Dann müsste es ja hier oben USA sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Richtig. Ja, okay. Innerer Kern. Das Innere. Ja, hier. Die Punkte. Das ist natürlich clever. Wo ist es innen? Eckkreis. Das kriegen wir hin. Gelb. Das ist das Superman-Zeichen. Was ist denn da nochmal? Jetzt muss ich überlegen. Das ist außen blau. Das hier müsste gelb sein, oder? Oder ist das S gelb? Nee, richtig. Das S ist rot, ne? Yo, Dreik. 100-Grad-Winkel. Wollte mal gucken. Das hier ist 90. Also müsste 100 ja hier sein, ne? Ja, guck mal, das geht. Yo, 3-Kunde hat... Achso. Die schwarze Kugel. Achso, das ist so ein Billard-Ding. Äh, wo kommt die nochmal? Hier in der Mitte, ne? Yay. Auto auf dem ersten Platz. So, hier geht die Strecke rum. Der ist letzter. Vorletzter. Da. Seitdem ist es mit Überrundung. Das wäre natürlich mies. 8 mal 7. Sind 56... Ist das 8? Ja, doch 56. So, wo ist die 56? Da. Idalia. Kriegen wir auch noch geregelt. Und weiter geht's. Höchstgeschwindigkeit eines Gepards. 140, oder? 100. 10. 29. 40. Hier so. Sau warm. Ja, langsamer. 120 vielleicht. Ja. Zwischen 105 und 120. Alles klar. Deutscher Schäferhund. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Da ist Martina. Irgendwas, irgendwas. Komische Frisur. Das. Ne, hier. Das, oder? Das müsste so ein... Hm. Ein Dackel? Was ist das denn für ein Ding hier? Das ist ja nur ein Hamster. Haben sie da nur ein Hamster beigemogelt und ein Meerschweinchen. Ich tippe mal auf den hier. Mittlerer Schneidezahn. Gut. Bei zwei... Schwer eine Mitte zu finden. Berlin. Ungefähr hier. Heiß. Ja, toll. So, irgendwie. Ein bisschen weiter innen vielleicht. Ne. Ein bisschen höher. Es wird kälter. Okay, dann gehen wir nur ein Stück runter. Werden sie Premium-Spieler, um die aktuelle Temperatur zu sehen? Nein. Ja, komm, machen wir es mal ausprobieren. 89 Grad, ja. Also noch weiter runter. Immer noch heiß. Ja, mein Gott, ey. 85, das war ja zu weit. 94. Gut gemacht. Richtige Antwort. Ja, wird schon passen. Eine Languste. Das ist doch so ein Krabben-Scheiß, oder? Japan. Japan. Wo ist die Orientierung? Da müsste doch jeder Schniepel sein, ne? Oder das? Ja, ich glaube da. Jawohl. Höfigster Familienname Rossi. Das klingt sehr italienisch. Fahrradschloss. Wo ist es denn? Hä? Ach da, in dem... Im Körbchen ist es drin. Ja, gut. Das kann man natürlich... Lange suchen. Hm. Autobahn, Autobahn. Da ist die Autobahn. Aber ich muss sagen, das Spiel macht eigentlich ganz gut. Macht schon Bock. Erde. Erde. Was ist denn das jetzt hier? Wenn das jetzt mal die... Mir geht es ja davon aus, dass das die Sonne ist. Äh. Merkur. Venus. Erde. Mars. Jupiter. Und so weiter und so fort. Vater. Was? Hä? So. Das bin ich. Sagen wir mal. Jetzt hypothetisch. Das ist Junge. Das ist Mädchen. Dann ist hier drüber. Das ist der Vater, oder? Keine Pins mehr. Mehr Pins in 18 Minuten 35. Benachrichtigen. Premium. Mehr Pins. Geschenk. Pins 5 Gratis. Nein. Okay. Äh. Soll das fürs Erste reichen? Ich finde es ein ganz lustiges Spiel. Können wir vielleicht nochmal eine Runde hinten dran hängen. Wenn wir wieder Pins haben. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi. 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 Tschüssi.